Ich denke, die meisten von euch kennen sicherlich bereits die Plattform Fiverr. Fiverr ist eine Plattform, auf der du die unterschiedlichsten Dienstleistungen anbieten kannst. Das heißt, wenn du beispielsweise Logos erstellen kannst, dann kannst du die hier anbieten. Oder wenn du ein Ghostwriter bist und du möchtest Geld als Ghostwriter verdienen, dann ist das hier ein sehr, sehr guter Weg für dich zu starten. Es gibt aber eine Nische, die ich unglaublich interessant finde, nämlich die Intronische. Und in dieser Nische habe ich einen kleinen Trick gefunden. Übrigens, das Intro, das ihr hier auf diesem Kanal jeden Tag seht, dieses Intro habe ich mir damals auch auf Fiverr erstellen lassen. Ich glaube, ich habe dafür 20 oder 25 Euro bezahlt und den Trick, den ich euch gleich zeigen werde, der, als ich den gefunden habe, dachte ich mir, mein Gott, warum habe ich damals so viel Geld für ein Intro ausgegeben? Ihr könnt hier einfach mal auf Fiverr draufgehen und ihr könnt euch hier ein bisschen umschauen und ihr könnt mal schauen, welche Arten von Intros dann eigentlich angeboten werden. Viele von diesen Intros sehen, denke ich mal, relativ professionell aus. Einige sind vielleicht ein bisschen old-fashioned und ich denke, die meisten von euch werden sicherlich schon bereits erkennen, dass einige von diesen Intros praktisch auf Templates basieren. Das heißt, dass jetzt die Person, die hier ein Intro anbietet für, sagen wir mal, 15 Dollar oder 25 Dollar oder 10 Dollar, jetzt nicht unbedingt das alles hier designt. Das heißt, es ist praktisch ein Muster, eine Vorlage, die diese Leute verwenden, um dieses Intro erstellen zu können. Du kannst solche Vorlagen überall im Internet kaufen, bloß dann tatsächlich sich in das ganze Thema einzuarbeiten und sich auszukennen mit den unterschiedlichen Layern und beispielsweise halt auch die Texte einzufügen und so weiter und so fort, das kann relativ kompliziert sein. Eine Plattform namens Envato Markets hat aber jetzt etwas Neues rausgebracht, das sich Placid nennt. Ihr könnt ja einfach mal auf Google Placid eingeben, dann auf die Erstadresse hier praktisch draufgehen, nämlich Placid.net und das sind sogenannte Smart Templates. Was genau sind Smart Templates? Smart Templates sind Muster bzw. Vorlagen, in die du einfach nur noch Texte eintragen musst und wo du via Drag & Drop dir beispielsweise dein eigenes Intro zusammenstellen kannst. Und man sieht übrigens, was man hier alles erstellen kann. Das heißt, wir können hier beispielsweise auch die unterschiedlichsten Dinge erstellen. Wir können jetzt hier nicht nur, sagen wir mal, ein Intro erstellen, wir können auch T-Shirt-Designs erstellen, wir können hier Poster erstellen und so weiter und so fort. Das ist alles hier mit drin. Und wenn wir ein Intro erstellen wollen, klicken wir einfach hier in die Suchleiste rein und geben Intro ein. Und dann siehst du bereits, gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Templates, wo du einfach nur noch draufklicken musst und dann kannst du diese Templates bearbeiten. Beispielsweise hier oben haben wir ein kostenfreies Template, das ist ein Intro-Template. Ich denke mal zum Beispiel, dieses Intro hier sieht wirklich professionell aus. Ich glaube, es ist so ungefähr in dem Stil, das ich auch verwende hier für meinen Kanal. Und du kannst jetzt hier jederzeit auf dieses Intro draufgehen und dann passiert Folgendes, nämlich dann öffnet sich hier dieser Editor. Und was ich hier in diesem Editor machen kann, ist ich kann jederzeit dieses Intro hier bearbeiten. Das ist beispielsweise dieses Intro hier, das hatten wir uns eben hier gerade schon mal so kurz angeguckt, wo wir praktisch diesen sehr modernen Schriftzug haben, wo wir praktisch auch diese kleinen, ja, Illustrationen hier auf der linken und der rechten Seite haben und natürlich auch ein Videopfeil im Hintergrund. Und was wir machen können, ist, wir können einfach die Informationen hier in diesem Video bearbeiten. Zum Beispiel hier kommt jetzt in der ersten Szene einfach nur der Schriftzug Your Intro und das kann ich hier oben jederzeit verändern. Dazu gehe ich in die linke obere Ecke rein, schreibe hier beispielsweise rein, sagen wir mal Leon Chautari und kann jetzt hier beispielsweise die Schrift auch verändern, kann das zu allen möglichen Schriftarten ändern, wenn ich das möchte. Ich finde aber diese Schriftart hier eigentlich ziemlich gelungen. Und jetzt steht hier praktisch Leon Chautari. Dann kann ich hier bei der nächsten Szene praktisch Folgendes tun, nämlich ich kann jetzt hier auch noch bei der nächsten Szene den Titel ändern von Maker auf etwas komplett anderes, zum Beispiel jetzt in diesem Fall, wenn ich jetzt hier Leon Chautari reinschreiben würde und ich würde das jetzt hier updaten, dann würde halt praktisch gleich dieser Slide hier präpariert werden und hier würde gleich stehen Leon Chautari und dann wie gesagt in der zweiten Szene, da kann ich dann gleich auch noch etwas anderes reinschreiben. Ich habe jetzt mal kurz gewartet, ich habe mal kurz diese Szene hier geupdatet, das heißt jetzt steht hier oben einfach Leon Chautari und ich kann jetzt diese Szene hier nochmal abspielen und jetzt würde jetzt hier praktisch mein Name erscheinen und jetzt in der zweiten Szene kommt natürlich gleich der Begriff Maker und das würde ich jetzt natürlich gerne verändern und ich könnte beispielsweise Maker austauschen gegen, sagen wir mal, YouTuber vielleicht. So, da würde ich jetzt also hier praktisch YouTuber reinschreiben und ich müsste jetzt hier gleich wieder dieses Intro updaten und könnte es dann, wenn ich möchte, sofort herunterladen, indem ich einfach hier rechts oben auf Free Download Full Video klicke. Es gibt natürlich noch alle möglichen anderen Dinge, die ich tun kann. Ich kann beispielsweise den Hintergrund verändern, ich kann die Musik verändern, wenn zum Beispiel auch die Person, die von dir diese Intro haben möchte, oder dahinter vielleicht noch Musik haben möchte, ist halt hier ein automatischer Track auch nochmal dabei. Du hast hier die unterschiedlichsten Hintergründe, die du hinzufügen kannst und du kannst auch noch weitere Hintergründe hinzufügen für die zweite Szene. Und eigentlich ist das Ganze unglaublich einfach. Das Einzige, was ihr halt wie gesagt tun müsst, ist, ihr müsst hier draufklicken, müsst ein paar Änderungen vornehmen, könnt euch das Video herunterladen. Das dauert vielleicht Maximum drei Minuten und dann könnt ihr halt das Video direkt an euren Kunden schicken und Geld verdienen. Und es gibt natürlich noch viel, viel mehr weitere Templates. Wir hatten es eben auch gerade schon gesehen. Es gibt halt haufenweise Templates, die ihr hier jederzeit verwenden könnt. Ich gehe mal hier ein wenig zurück und dann können wir uns die ganzen Templates nochmal anschauen. Nämlich das sind die ganzen Templates, die du hier praktisch zur Verfügung hast. Man sieht es hier unten, wir haben insgesamt zwölf Seiten, wenn nicht sogar mehr. Das heißt, wir haben hier nicht nur dieses eine Design, das wir uns eben gerade angeschaut haben, sondern viele weitere. Und einige von euch werden sicherlich sagen, wie ist denn das aber? Muss ich dafür etwas bezahlen? Für dieses eine Intro, das wir uns eben gerade angeschaut haben, nein, dafür müsst ihr nichts bezahlen. Aber wenn ihr jetzt andere von diesen Intros verwenden möchtet, müsst ihr etwas bezahlen. Aber der Betrag ist unglaublich gering. Nämlich wir können ja hier oben mal auf Pricing gehen. Und derzeit gibt es dafür gerade mal 14 Dollar und 95 Cent im Monat aus. Und ich denke, das sollte es euch auf jeden Fall wert sein. Das heißt, wenn ihr wie gesagt diese Intros erstellen möchtet, dann ist das hier meines Erachtens eine von den besten Möglichkeiten, unglaublich schnell diese Intros zu erstellen. Und zum anderen auch ist es sehr, sehr kostengünstig, diese Intros zu erstellen. Soweit ich das weiß, bitte aber nochmal in die AGBs reingucken. Könnt ihr natürlich auch diese Werke hier kommerziell verwenden. Das heißt, ihr könnt sie auch über Fiverr verkaufen. Das heißt, von dieser Perspektive aus macht ihr dann auch alles richtig. So einfach kann das Ganze funktionieren. Wenn du dir mit mir ein persönliches Coaching buchen möchtest, dann schaue gerne mal in die Videobeschreibung rein. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn du dieses Video liken könntest. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und ich hoffe, dass wir uns bald in einem meiner anderen Videos wiedersehen können. Und ich hoffe, dass wir uns bald in einem anderen Videos wiedersehen können.